hallo hier herzlich willkommen heute zeigen wir kurz ganz schnell ein booster ach nicht ein booster ein gutschein für die leute die gerade frisch angefangen haben oder halt nicht so frisch angefangen haben aber noch nicht bekommen haben das den gutschein gibt geht einfach auf die startseite hier oben neben dem linken den discord auf das dollar zeichen gibt ein für acht gibt einfügen gibt pink galaxy boost ein und auf use und schon bekommt ein paar tolle sachen ja ich hab mir halt schon benutzt deswegen geht das nicht ich weiß nur aktuell noch das ist den elf drei neutraler dazu gehabt auf jeden fall und er ist ja schon mal ganz cool so ab der lese mehr bringt ihr schon mal nach vorne vor allem wenn gerade ganz am anfang seid ja mehr wollte ich auch nicht also dazu noch chaos ist so best of course man was bin ich denn für laute so habe ich das video jetzt künftig in die länge gezogen ich wünsche euch viel spaß beim hoffentlich schauen wir in anderen videos oder rein bis dahin tschüss